Es ist Donnerstag in GTA Online, das heißt wir haben mal wieder eine brandneue Eventwoche am Start und diese Woche gibt es auch wieder eine ganze Menge an zusätzlichem neuen DLC-Content. Also es lohnt sich dran zu bleiben, wenn es dir gefällt und du jede Woche auf dem aktuellsten Stand sein willst, dann lass kurz ein Abo da, lass gerne ein Like da, wenn es dir gefällt, vielleicht schaffen wir mal wieder die 300 Likes und ich würde sagen, wir legen los mit der neuen Eventwoche. Let's go! Freunde, ich habe noch eine ganz wichtige Ankündigung und zwar findet bald unser Abo-Treffen beziehungsweise GTA 5 Fan-Treffen statt und zwar nächsten Monat. Am 24. August, das ist ein Samstag, da werden wir uns um 19 Uhr abends vor dem Kölner Dom treffen. Mit dabei bin ich, andere GTA 5 YouTuber, wie zum Beispiel Ulex, Easy Stretcher und viele, viele mehr. Falls ihr kommen wollt, 24. August, 19 Uhr, vorm Kölner Dom, oben bei den Treppen. Schreibt mir bitte eine Nachricht auf Instagram, dann kann ich dich zu unserer Gruppe hinzufügen und dir alle Infos nochmal zukommen lassen. Ansonsten, falls du auf der Gamescom bist, werden wir uns auch nochmal treffen. Am Donnerstag, Freitag und am Samstag wird auf der Gamescom um 15 Uhr nochmal ein weiteres Zuschauertreffen stattfinden. Aber wie gesagt, schreibt mir auf Instagram eine Nachricht und dann bekommst du alle Infos. Wir starten erstmal mit den normalen Infos zu Eventwochen und dann kommen wir gleich zum neuen Content. Aber erstmal Freunde, zum neuen Casino-Auto. Das ist nämlich ab sofort der M-Ponteruna ZZ8. Den könnt ihr euch von heute bis zum nächsten Donnerstag kostenlos im Casino abholen. Also dreht auf jeden Fall am Glücksrad. Dann machen wir weiter mit den Rabatten. Wir starten rein mit Fahrzeugrabatten und zwar 30% Rabatt auf den Wapid Unmarked Cruiser. Dann haben wir 30% auf den Anis RE7B. Wir haben 30% auf den Traffic Z-Type. 30% auf den Ubermacht Reinhardt. 30% auf den Grotti Visione. Und auch 30% auf den Galivanter Baller ST. Das war's mit den Rabatten. Leider haben wir keine Immobilie und keine Unternehmen im Angebot. Schauen wir mal aufs Thema Geld verdienen. Wir bekommen diese Woche Doppelgeld und Doppel-RP auf den Gegner-Modus Stockpile. Und wir bekommen Doppel-Geld und sogar Vierfach-RP auf alle Transformationsrennen in GTA Online. Also falls ihr rennen mögt, dann, Leute, nutzt das auf jeden Fall aus. Wir bekommen von Rockstar Games in dieser Woche 100.000 Dollar geschenkt, wenn wir 3 Pizza-Liefer-Dienst-Missionen abgeschlossen haben. Und genau an der Stelle sind wir beim Thema neuer Content. Es gibt ab heute zunächst mal ein neues Pizza-Liefer-Fahrzeug. Das ist sozusagen wie eine Art Pizza-Roller, den wir uns jetzt kaufen können. Ich denke mal bei San Andreas. Und mit diesem Pizza-Liefer-Dienst-Fahrzeug gibt es Pizza-Liefer-Missionen, die wir ab heute starten können. Und dafür bekommen wir eben 100.000 Dollar, wenn wir 3 davon abgeschlossen haben. Wie man die genau startet, kann ich euch gerade noch nicht sagen. Denn zu diesem Zeitpunkt, wo ich das Video gerade aufnehme, sind die eben noch nicht draußen. Aber ich denke mal, ihr müsst wahrscheinlich einfach dieses Fahrzeug besitzen und dann vielleicht R3 oder sowas drücken. Also irgendeine Taste werdet ihr drücken müssen auf dem Fahrzeug. Und dann könnt ihr die Mission wahrscheinlich starten. Zudem haben wir ab sofort noch ein weiteres brandneues Fahrzeug im Spiel. Das ist der Rapid Dominator FX. Der ist ab sofort für 1,55 Millionen Dollar bei San Andreas erhältlich. Bleiben wir ganz kurz beim Thema Pizza-Liefer-Dienst. Es gibt eine Rockstar Games Community Challenge. Und die heißt, dass wir als Community, also... ...pizzas liefern müssen in GTA Online. Dann bekommen wir anscheinend ein limitiertes Pizza-T-Shirt. Also wer sich beteiligen möchte, Freunde, macht die Pizza-Mission. Und dann bekommt ihr das T-Shirt auf jeden Fall. So, weiter geht es dann mit dem Schrotthandel. Da haben wir natürlich auch wieder 3 neue Missionen. Also 3 neue Fahrzeuge am Start, die wir klauen können. Das ist einmal der Bravado Greenwood. Das ist einmal der Anis Eurus. Und das ist einmal der Grotti Tourismo Classic. Aber behalten können wir davon leider keinen. Dann könnt ihr hier links oben gerade alle, ähm, ja, sag ich jetzt mal, Luxus- und Testfahrzeuge eingeblendet sehen. Ein neues Preisfahrzeug im LSK, mit was wir uns kostenlos abholen können, gibt es natürlich auch wieder. Das ist ab sofort heute der Grotti Cheetah Classic. Und den könnt ihr bekommen, wenn ihr die Preisfahrzeug-Herausforderung abschließt. Die lautet, dass ihr einfach einmal Top 5 werden müsst, wegen einem Rennen aus der LSK mit Rennserie. Also diese Woche tatsächlich eine ziemlich einfache Challenge. Einfach nur einmal Top 5 werden. Und das soll es mit der neuen Eventwoche auch schon gewesen sein. Ich finde sie eigentlich, eigentlich sogar ganz gut. Bis auf, dass wir eben kein Unternehmen im Angebot haben. Ansonsten ist es in Ordnung. Neuer Content ist immer ganz cool. Ich gebe jetzt mal einfach eine solide 7 von 10. Machen wir es so. Schreib mal gerne deine Meinung in die Kommentare. Was hältst du von der Eventwoche? Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Wie gesagt, wenn du zum Abo-Treffen nächsten Monat kommen willst, dann schreib mir auf Instagram. Und bis dahin, Freunde. Eine schöne Eventwoche und ciao, ciao.